hallo und schön dass ihr dabei seid bei let's play world of tanks und hier seht ihr mal wieder den deutschen tech tree in form des ru 251 dem scout der deutschen dem top tier scout so gesehen weil gibt ja noch kein tier 9 also tier 8 das maß der dinge gespielt von m18 aber er hat schon mal geschrieben rei alleine langt vollkommen ja dann schauen wir doch mal was rei so hier leisten kann mit dem ruhr wir gucken auch natürlich das matchmaking mal eben an er ist hier mit seinem tier 8 scout in ein neuner matchmaking gekommen das ist absolut okay da gibt es nichts zu mäkeln fischer bucht ist die karte und klassischerweise sehen wir schon erfahrt hier in die mitte das ist natürlich mit den scouts fast schon normal da ist schon der erste auf dem bulldog da hat er den weg schon zwar vorher gesehen aber der ist sozusagen im letzten moment noch unten weg geduckt und dementsprechend hat er ihn nicht hitten können ja was schon mal gutes gegner hat keine art keine art die macht seinem deutlich leichter und hier der m 103 den ersten schuss oder daneben gesammelt der zweite funktioniert dann aber jetzt gott er dann die t29 wichtig ist nicht zu lange an einem punkt hier stehen bleiben weil sonst endet das ganz gerne mal darin dass man ordentlich eine auf die mütze bekommt so da drüben der kv3 auf den kommt er noch nicht der is den hat er schön getroffen seitlich und jetzt den kv3 den villa hier daneben geschossen verwunderlich weil er eigentlich gut eingeämmt schon da jetzt der erst den trifft aber so da drüben noch mal ein kv3 vielleicht diesmal der hit aber unglaublich eng er steht so dass er kaum zu hitten ist und was macht er jetzt schießt er aufs haus sehr gut was er jetzt glaube ich macht genau er schießt das haus jetzt so weit nieder dass er jetzt auf den kv3 kommt sieht man dass der auch da wirklich den überblick hat was mit den gegenständen sozusagen los ist ich hatte viele mir wahrscheinlich eingeschlossen die da das haus stehen lassen und warten bis er rauskommt es hat zwar den kino t29 getroffen aber konnte dann doch den kv3 rausnehmen hat mir sehr gut gefallen mit dem haus muss ich wirklich sagen oh ein typ 59 da muss er aufpassen der kann einen schon ganz schön nerven aber auch der zieht sich schon wieder ein bisschen zurück die rechte seite ist ganz stark und gut gepusht worden da sieht man ganz viele die da drüben schon durch sind die linke seite die einsatz zweier linie da ist der gegner aber gut durchgekommen so was jetzt mit dem 103 diesmal trifft er ihn auch wieder oh jetzt kriegt er von vorne schaden vom amx 12 t kommt zwar noch mal den 103 treffen aber jetzt nervt in der amx über 400 papier oder über 500 426 ganz genau hat der amx sind gerade gekostet gar nicht so wenig in allem gedacht für den tier 6 scout so den is 3 ist natürlich nicht so leicht zu treffen gerade von vorne nicht so da ist überall so ein bisschen was an gegnern auch da drüben wieder der type logischerweise so jetzt will er den 103 da umfahren bzw zumindest mal hinten konnte ihn auch treffen aber ohne schaden zu verrichten auch jetzt auf den da hinten auf den oho kein damage vielleicht aber nun auf den ja da kommt der type sehr gut raus konnte ihn schön da eine zeitlich mitgeben und gleich noch mal eine also er hat hier super kontrolle über die karten mitte das macht er wirklich schön und jetzt der m 103 jetzt fahrt er weg schöner luckshot den muss man ehrlicherweise gestehen kann man so nicht machen nicht einfach mal so berechnen jetzt steht der gegner im cap das kann ja wahrscheinlich nur der is 3 der t 10 oder der t 54 sein zwei sind im cap jetzt muss er zurück und das macht er auch weil er ist halt einfach als scout der schnellste der man so eben kurz da aufdecken kann drei sekunden hat er ist zwar nicht ewig viel aber in drei sekunden kann einiges passieren man sieht auch der oho und der t 29 kommen damit da ist der t 10 offen hat er direkt aufgemacht 15 sekunden und jetzt wurde er schon zurückgesetzt da ist jetzt der t 54 offen und der erst greift sowie der t 10 alle jetzt wirklich zu sehen auto aber rumgefahren so jetzt kann er auch versuchen noch darauf zu wirken auto im näht diesmal nicht oder fangt er sich ein aber konnte den t 54 1 perfekt zurücksetzen auch noch mal ein versuchen nur noch mal so ein darf er sich halt auch nicht mehr fangen weil danach ist er halt geschichte so leider nicht hat jetzt auch schon auf premium geladen wobei viel schluss hat er eh nicht mehr in summe dabei so jetzt ist er herausgenommen worden jetzt stehen noch der t 54 drin und der IS 3 und jetzt dauert es auch deutlich länger schon mal ich denke auch mal dass die leute sich jetzt nicht mehr so stark auf ihn konzentrieren und dementsprechend sollte gerade den IS 3 bestimmt gleich eingehen können nein wo ist der bergen rechts daneben er lädt jetzt aber auch wieder auf normal auch der trott ihn die panzer und rollt ihn so jetzt aber ja endlich nun auf den t 54 und dieser der geht gott sei dank des ersten anlauf und noch mal eins weg ist er und jetzt zurück richtung t 26 und oho er schreibt da fucking ist drei ammer man ja die gott job guys defending schön dass auch sein team lobt und da animiert dazu das sieht man auch immer seltener muss ich sagen dass man da auch mal wirklich sagt okay das ist gut gelaufen und dementsprechend schön gemacht so den oho jetzt hier diesmal auch wieder au der zündet ihn direkt an und er kann scheinbar nicht löschen also oder hat sehr lange dafür gebraucht also ein schuss 507 hp der war teuer für den oho jetzt den super cursing da hat er ein abpraller leider gehabt und er hat auch nicht mehr viele schuss der war dafür schön jetzt den oho noch mal so der trifft und jetzt hat er den letzten schuss den sollte noch ins ziel bringen und dann ja gut die he-schelle vielleicht kann mit der he-schelle noch den oho rausnehmen es wäre zu lustig und er macht er nimmt ihn raus ja sehr fein ja 4505 schaden ordentlich gespottet also da muss man sagen da hat er definitiv gut gespielt und er schreibt auch seinem team out of armor out of ammo mit your help also von dem her sein team weiß auch okay unser gut kann höchstens vielleicht noch aufdecken aber schaden macht er keinen mehr da kommt der super cursing waren jetzt auch drauf und dementsprechend der wird es gleich geschichte sein oder verschießt da verschießen sie beide der ramm schaden konnte ein bisschen was nehmen das super cursing setzt sich jetzt hier noch mal zur wehr und jetzt ist er aber wirklich tot ja hat der roi mal wieder muss ich sagen gut gespielt und hat mir sehr gut gefallen ich hoffe euch hat es ähnlich gut gefallen der ruhe immer wieder einen blick wert würde mich freuen wenn ihr einen daumen nach oben oder einen kommentar gibt von dem her vielen dank bis zum nächsten mal euer ecker ramba